Willkommen zu meinem Review-Video über die Respektor Dunstabzugshaube Kopffrei, Dunstabzugshaube schräg 60 cm, Glasschirm mit Edelstahlrahmen in Schwarz, Abluft, und Umluftfunktion, CH89060S, A++, 3959 dB von Amazon. In diesem Video werde ich dir eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten ziehen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und einen starken und überzeugenden Abschluss liefern, der dir zeigt, wie du von diesem Produkt profitieren kannst. Lass uns gleich loslegen. Die Respektor Dunstabzugshaube ist eine freihängende Inselhaube, die nicht nur durch ihr modernes und hochwertiges Design beeindruckt, sondern auch zuverlässig Dämpfe und Gerüche beseitigt. Mit ihren drei Leistungsstufen und der Umluftfunktion kannst du die Haube ganz einfach über Touch-Control oder Fernbedienung steuern. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für angenehmes Kochen und der 9-minütige Nachlauf-Timer gibt dir zusätzliche Flexibilität. Mit Abmessungen von 166 x 50 x 40 cm und einem Gewicht von 16,8 kg ist diese Dunstabzugshaube einfach zu montieren. Das 150 cm lange Kabel und der 150 mm Rohranschluss machen die Inbetriebnahme zum Kinderspiel. Im Lieferumfang befindet sich auch ein auswaschbarer Metallfettfilter, der das Kochfett sammelt und leicht herausnehmbar ist. Lass uns nun einen Blick auf die Bewertungen werfen. Ein Kunde namens Saps gibt der Dunstabzugshaube 4 von 5 Sternen und ist bisher überzeugt von ihrer Leistung. Die Montage war einfach und die Funktionen sind ausreichend für den normalen Hausgebrauch. Allerdings hätte er sich etwas mehr Leistung gewünscht, besonders beim scharfen Anbraten. Trotzdem ist er zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Bea ist ebenfalls begeistert von der Abzugshaube und vergibt 5 von 5 Sternen. Sie lobt das Aussehen, den Preis und die schnelle Lieferung. Die Haube läuft leise und sieht zudem noch schick aus. Eine klare Kaufempfehlung. Ein weiterer Kunde bemängelt die Montage und wünscht sich eine bessere Öffnung der Klappe. Dennoch gibt er der Haube 4 von 5 Sternen und findet die Optik in Ordnung. Die Bewertungen zeigen, dass die Respector Dunstabzugshaube ihre Aufgabe zuverlässig erfüllt und mit ihrem schicken Design überzeugt. Einige Kunden haben jedoch kleinere Kritikpunkte, wie die Montage oder die Leistung bei scharfem Anbraten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Respector Dunstabzugshaube kopffrei, Dunstabzugshaube schräg 60 cm, Glasschirm mit Edelstahlrahmen in Schwarz, Abluft, und Umluftfunktion, CH89060S, A++, 3959 Dezibel eine gute Wahl für jeden ist, der eine hochwertige und optisch ansprechende Dunstabzugshaube sucht. Mit ihren Funktionen, dem einfachen Betrieb und dem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet sie alles, was du für ein angenehmes Kocherlebnis benötigst. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, um zur Amazon-Seite zu gelangen und das Produkt zu kaufen. Indem du dies tust, unterstützt du nicht nur mich und meinen Kanal, sondern profitierst auch selbst von den Vorteilen dieser großartigen Dunstabzugshaube. Zögere nicht länger und hol dir noch heute die Respector Dunstabzugshaube.